Eine leistungsstarke Wirtschaft braucht eine reibungslos funktionierende Mobilität. Um wertvolle Energieressourcen zu schonen, brauchen wir heute schon Fahrzeuge, die unsere Güter so kraftstoffsparend wie möglich transportieren. Wir bei MAN nennen das konsequent effizient. Mit der Consistently Efficient Tour durch 20 europäische Metropolen zeigen wir, wie viel Kraftstoff und CO2 heute bereits gespart werden kann. Unsere Idee – Consistently Efficient – Less CO2 – Save Fuel. Wir machen die Kernbotschaften zu Hauptdarstellern der Roadshow – wortwörtlich, eindrucksvoll, unübersehbar. Das Resultat – imposante Werbewirkung. Genau dort, wo MAN und die Kunden unterwegs sind, auf der Straße. Unsere Botschaft ist, effiziente LKW können heute schon tausende Liter Kraftstoff sparen. Mit Workshops für Kunden und Fachpresse an den europäischen MAN-Standorten sorgt unsere Roadshow für hohe Aufmerksamkeit und beeindruckende Medienresonanz. Mit Workshops Mit Workshops Mit Workshops